Dein Buch, der Titel, wie willst du es nennen? Mein Leben, Schlomo und die Detektive, mein Kampf. Das ist es. Möchten Sie Kaffee? Nein. Milz und Zucker? Beides. Nein. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Wie heißen Sie? Hitler. Komisch. Sie sehen gar nicht jüdisch aus. Die Juden und die Radfahrer sind an allem schuld. Was hast du gegen Radfahren? Ich will gar kein Maler werden. Ich will was anderes. Nämlich was? Die Welt. So, so. Du bist ein mieser Schauspieler. Du solltest in die Politik gehen. Wasch mir die Füße. Sein Auge ist ein Lach. Er trifft dich mit gleich einer Kugel. Er trifft dich genau. Wem darf ich melden? Tod. Herrn Tod. Frau Tod. Sind Sie sicher, dass Sie nach dem richtigen Herrn Hedler suchen? Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Sie haben immer noch nicht verstanden, dass mich ihr Freund als Leiche nicht interessiert. Wo ist das scheiß Buch? Brüß mir die Würmer und erkälte dich nicht. Da, 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 da